Wir wissen alle, dass es ein schöner Prozess ist, die Persönlichkeit seiner Katze kennenzulernen. Aber hast du jemals darüber nachgedacht, was sie über dich weiß? Heute findest du es mit Tieresschlau heraus. Sie erkennen dich als Teil ihrer Gruppe. Katzen erkennen unsere Rolle im Haus und verstehen, dass wir uns um ihr Wohlbefinden kümmern. Dadurch fühlen sie sich beschützt und sicher, sodass sie ihr Leben weiterhin mit uns teilen möchten. Katzen behandeln uns jedoch nicht als ein besonderes Wesen, das sich völlig von ihnen unterscheidet. Stattdessen sehen sie uns als Teil ihrer sozialen Gruppe. Auch wenn wir nicht zur selben Spezies gehören, wir können sicher sein, dass eine Katze, zu der wir eine starke Bindung haben, uns wie einen von ihnen sieht. Sie wissen, dass du sie liebst. Katzen wissen, dass wir sie lieben, wenn wir uns um ihr Wohlbefinden kümmern, wenn wir ihren Freiraum und ihre Eingewöhnungszeiten respektieren, wenn wir viel Zeit mit ihnen verbringen und wenn wir ihnen Sicherheit und Schutz bieten. Wenn du all das beachtest, weiß deine Katze, dass du sie liebst. Sie wissen, ob du krank bist. Einige Studien zeigen, dass der hochentwickelte Geruchssinn einer Katze bedeutet, dass sie in der Lage ist, chemische und körperliche Veränderungen in uns zu erkennen. Mit anderen Worten, Deine Katze ist in der Lage, die anormale Absonderung bestimmter chemischer Substanzen wahrzunehmen, die dein Körper produziert, wenn er krank ist. Daher weiß deine Katze unter anderem, ob deine Gesundheit im Ungleichgewicht ist. Sie bemerken deine Stimmungsschwankungen Auch wenn du deine Gefühle nicht in Worte fassen kannst, nimmt dein Körper Haltungen ein und führt Bewegungen oder Vorgänge aus, die auf emotionale Veränderungen hinweisen. Für die meisten Menschen mag das kaum wahrnehmbar sein, aber den starken Sinnen der Katze bleiben sie nicht verborgen. Durch die Deutung deiner Körpersprache kann deine Katze leicht erkennen, ob du aus irgendeinem Grund wütend, ängstlich, nervös oder besorgt bist. Sie wissen, was du isst Fragst du dich, warum Katzen ihrem Besitzer tote Tiere bringen? Einigen Theorien zufolge könnte dies ein Zeichen der Wertschätzung und Fürsorge gegenüber ihrem Besitzer sein. Es gibt aber auch eine andere sehr interessante Theorie, die besagt, dass Katzen das tun, weil sie merken, dass wir keine guten Jäger sind. Daher könnte deine Katze dir ihre Beute geben, um dir zu zeigen, wie du in der Welt überleben kannst. Sie können eine Schwangerschaft spüren Durch ihren entwickelten Gerustsinn können Katzen chemische Veränderungen in unserem Körper erkennen. Wenn der weibliche Körper während der Schwangerschaft verschiedene hormonelle und physiologische Veränderungen erfährt, kann die Katze neugierig auf diese neuen Gerüche in ihrer Umgebung sein. Ebenso sind Katzen in der Lage, die Menstruation bei Frauen zu erkennen. Sie schlafen auf deiner Brust, weil sie wissen, dass es ein sicherer Ort ist. Wenn deine Katze auf deiner Brust liegt, kann sie deine Körperwärme und deinen Herzschlag spüren. Man geht davon aus, dass Katzen dies nicht nur tun, um Wärme zu suchen, sondern auch, um sich mit ihren Bezugspersonen zu verbinden und sich beschützt fühlen, wenn sie schlafen. Eine Zeit, in der sie am verletzlichsten sind. Sie wissen, wie du auf bestimmte Situationen reagieren wirst. Katzen sind äußerst intelligent und wachsam. Sie neigen dazu, unser tägliches Verhalten im Haus zu analysieren und wahrzunehmen, wie wir auf ihre Handlungen und Geräusche reagieren. Wenn sie zum Beispiel bemerken, dass du ihnen Liebe schenkst, wenn sie schnurren und du ihnen ein Leckerli anbietest, können sie diese Handlung so oft ausführen, wie sie wollen, um ihre Belohnung zu erhalten. Sie wissen, dass du nach Hause kommst und wo du warst. Dank ihres ausgeprägten Geruchs- und Gehörssinn spüren Katzen, wenn wir nach Hause kommen. Auch wenn wir noch weit von der Tür entfernt sind. Sie erkennen unseren Geruch schon aus mehreren Metern Entfernung. Ebenso verinnerlichen sie unsere Zeitpläne, weil dies für ihre eigene Routine wichtig ist. Wenn wir immer zur gleichen Zeit gehen und zurückkommen, wartet unsere Katze oft schon auf uns, wenn wir zurückkommen. Sie wissen, dass man sie zum Tierarzt bringt. Katzen sind sehr intelligente Tiere, die Routine brauchen. Sie erkennen jedes unserer Verhaltensweisen und Gewohnheiten. Und da sie unseren Gemütszustand und unsere Emotionen wahrnehmen, wissen sie nicht nur genau, wann wir ausgehen, sondern auch, ob wir sie mitnehmen werden. Wenn es an der Zeit ist, die Tierklinik zu besuchen, weiß unsere Katze das, weil wir die Transportbox mitnehmen. Oder wir sind etwas nervöser als sonst, sodass sie versucht, sich zu verstecken. Okay, schreibt uns eure Lieblingsfakten über Katzen in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.